Als ich heute Nachmittag nach Hause gekommen bin von der Schule, saß meine Mutter am Küchentisch, hat nicht aufgeguckt, hat einfach nur die Wand angestarrt. Ich habe gefragt, Mama, was ist los? Mama, hallo? Hat meine Mama aufgeschaut, hat mich angestarrt und gesagt, es ist besser, wenn du jetzt Abschied von mir nimmst. Ich habe gerade so viele Tabletten genommen, dass ich gleich sterben werde. Ich bin die Ilga, ich bin Psychologin und ich leite das Beratungszentrum Rad am Ringen der Stadt Hagen. Das heißt, wir beraten euch, das heißt, wenn du Probleme hast mit deinen Eltern, mit deinen Freunden, schulische Probleme oder sonstige Probleme, egal welche Belange du hast, wir sind für dich da, du bist uns wichtig. Ich habe gerade so viele Töne, die IT, die Zukunft aus der Stadt Hagen und die Zeit, die Zukunft aus der Stadt Hagen